Kommune der Logbuch der SG-Wagnescheid 09. Noch immer trudelt unser Imbiss hilflos durch die Weiten der Cyberspace. Verfolgt von sibirischen Twitter-Bots, interplanetaren Fake-News und Pirschen-Grobotern gibt es für uns in dieser neuen Folge nur eine einzige Rettung. Ihre Likes bei Facebook. Viel Spaß beim Streamen. www.wbw-willkommen in Wolfgangs Internet-Imbiss. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Volker Kampfgarten, den Schlagzeuger der Kassierer, der zufällig auch mein Bruder ist. Aber da das hier keine Musiksendung ist, sondern ein Internet-Imbiss, wollen wir heute kochen. Und zwar Cola-Milch. Das besondere Getränk unserer Kindheit. Für Cola-Milch braucht man Milch? Cola? Menschen dieser Erde, wir sind Anomenus. Und als finanzstarke Crowdfunder wollen wir nicht mit ansehen, wie Wolfgang ihnen an einem wichtigen Tag wie heute so einen belanglosen Quark serviert. Denn heute ist der Geburtstag von Helene Fischer. Aus diesem Grund simulieren wir für sie nun mithilfe komplexer Algorithmen das Geburtstagsständchen, das Wolfgang eigentlich singen sollte, Um dem Fernsehbild mehr Schauwert zu verleihen, haben wir Musikanten, der in die Pop-Formation abweihend das Bild kopiert. Die Folge mit der Cola-Milch sehen Sie dann in einem anderen Universum. Oder auch nicht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Helene. Fischer. Happy Birthday to you. Meine Kartoffeln. Meine Kartoffeln. Meine Kartoffeln. Meine Kartoffeln. Meine Kartoffeln. Loslassen. Ich nehme Klöße. Klöße. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Die sind. Mit K七.